Hallo und Willkommen zu einer kleinen neuen Folge von Building Battle of the Hive, heute wieder nicht allein, sondern mit den beiden Spacken Lisa und Löschi. Ach ja, und P.S. Niklas, du bist nur ein Tash. Roboter. Ja, einfach probieren. Ich wüsste jetzt zwar auch nicht genau wie, aber einfach probieren. Ich sag mal so, wenn du so schlecht baust, dass dir alle einen Rot geben, weißt du, dass bei der nächsten Runde nur bergauf gehen kann. So schlimm schätzt du sie ein. So schlimm hat sie sich ja gerade selber eingeschätzt. Mensch, wie, wie sieht denn nochmal so ein Roboter für euch charakteristisch mäßig aus? Scheiße. Aber es ist auch ein guter Witz, ist der Schloch. Ich, klar muss ich die ärgern, ich muss ja auch mein Image verteidigen, jetzt muss ja auch standhaft bleiben. Ich soll ja das größte Arschloch bleiben. Ja, müsste man ja eigentlich auch noch noch ein bisschen. Ja, und mir macht es nichts. Alles gut. Leg los. Schlampe. Ich warte. Nimmst du gerade auf, oder nicht? Wieso? Was hat das für einen Sinn? Ne, ich nehme nicht auf. Boah, ist das scheiße, so einen Mund von so einem Roboter darzustellen. Okay. Jetzt hätte ich mich nur fast übergeben. Aber nur fast. Randalismus bei Leschner. Ja. Das sieht blöd aus dem Roboter dann mit 10. Das hat sich so angehört, hat er gerade jemand randaliert. Nö. Noch nicht, ne? Ich zocken nur mit Bein auf dem Tisch, wie es sich gehört. Ja. Ich stelle mir vor. Du bist so ein Schwein. War auch. Danke. Danke. Man hat da so lang drauf geworfen. Du bist so ein Schwein, habe ich gesagt. Ne. Nein. Nein. So. So bin ich mal gespannt. Ah, es kriegt ein Rot, weil es nur ein Pixelart ist. Das hat eine lange Gabel. Ha. Es sind so Gabelhände. Ja, man hat 10 Minuten Zeit, denn da baut er einfach nur so was auf dem Boden. Dafür kann der nicht belohnt werden. Wir müssen den einfach finden, bespucken, treten und anschreißen. Der läuft. Der läuft. Läserungen. Piu, Piu. Gib dem was Gutes. Piu. Fick dich löschen. Piu. Das war ein Dings seins. Ach, das. Oh. Und das ist und geht so. Dankeschön. Boah. Ja. Ah, die macht das zu dem Hals immer noch falsch. Nein. Doch Körper immer 5 oder 3 breit, nie 4 breit. Keine geraden Zahlen. Ui, okay, das geht gut. Der ist schön groß. Ich finde die Antenne auf dem Kopf cool. Ah. Und diese Dinger hier, diese Drehdinger, womit er die Arme dreht. Und das kriegt ein Rot. Warum zeigt er uns den Mittelfänger? Löscher, komm mal das für dich. Wollen wir dann für die nächste Runde irgendeinen Block aussuchen? Also irgendwer sucht sich einen Block aus und sagt, der muss benutzt werden. Der muss mit eingebaut werden. Ne, ich finde das cool. Ja, mach doch mal mit. Doch. Der ist überlastet. Lukas, wieso. Der ist aber auch cool. Ich war das nicht. Ja, den finde ich gut. Schade. Ich fand das Ding, der war gut. Ich fand es aber auch nicht beschissen. Löscher hat eben gewusst, dass das Miner ist. Da hat er den Schlecht gegeben. So. Ähm. Ja, der kriegt D zu. Da war selbst einer besser. Ja. Da musst du dem ja theoretisch nicht schlecht geben, wenn du mal mit D zu gegeben hast. Ui. Ja, der kriegt auch Pimmel. Warum? Ach, Löscher. Ach, Löscher. Warum hat der da unten einen Pimmel? Ich weiß, dass das immer du bist. Wenn du sofort da unten irgendwas Pimmelmäßiges ist. Du Hund. Ja, und das kriegt auch ein Rot. Sag mal, warum bauen die denn alle nur zweidimensional? Ne. Baut er schon wieder so ein Ding. Das muss ich Gott sei nicht ausblenden wie in der letzten Folge. Hä, weil du hast doch nicht ausblenden. Doch, äh. Klar, weil du hast, du hast diesen, du hast diesen Zebro oder was das sein sollte, was ganz unangebrachtes dort hinten hingehangen. Ist wenigstens schon mal wieder ein besseres Thema und ist auch egal, ob das krüppelig ist. Umso krüppeliger, umso besser, Junge. Ja, okay, bauen wir das. Ich würde sagen, wir müssen irgendeinen Stein aus dem End mit einbauen. Machst du die Challenge mit? Endstein einbauen? Ich? Ja. Einfach. Gut. Ja, ich mache erstmal was Einfaches. Die Challenge ist jetzt einfach. Ja, du machst ja sowas cooles. Ich weiß nicht, was ein Endstein ist. Ja, dann geh es eingeben. Warte mal. Ja, okay. Ne, ich ändere was um. Dann haben wir das. Ne, okay, das sieht scheiße aus. Ne. Dann benutze ich das Endstein doch für was anderes. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal was. Ich glaube, an das gleiche denkst du auch, Löschner. Fängt mit A an. Oder? Das Körperteil. Arm. Nein, nein, nichts mit Armen. Arschloch. Äh, wohl, ich sag. Nein. Was? Ja, pass mal auf, was du sagst. Fräulein, geht gar nicht. Ne. Ich weiß nicht, letzte Runde mit Glick. Das war schon ein bisschen zu weit, aber hier geht's ab, Junge. Äh, was meinst du? Ja, ne, ist schon gut. Ich sag nichts mehr. Ja, after Wundriss, oder was? Habt ihr eigentlich leckeres? Ja, äh, aber ich hab Anus. Er freut sich grad so, er hat Anus gesagt. Deine Venus. Warum unterhalten wir uns eigentlich jedes Mal über so'n Schein? Äh, meinen nenne ich den, äh, Dinosaurus, äh, Behindicus, weil so sieht er auch aus. Eine ganz neue Dinosaurier-Rasse. Ach, du heilige, was? Mach ich denn? Ich glaube, das könnte schlimmer werden als meine, meine, meine Katzen, Katzen-Zebra-Missgeburt. Du dasser ist ja immer wieder so jeig. ich hab noch einen schwanz geschafft das ist der weltbeste dinosaurier den jemals gesehen habe leute ich weiß gar nicht was ihr wollt das ist richtig neue rasse das nennt man nämlich die sinnlosers nutzlos dinosaurus was ist das denn retarded und ein löschener sag mir nicht bitte du bist das nicht oder löschener sag mir nicht dass du das sieht aus wie perry löschener bitte löschener was sollte das werden wir jetzt werde ich doch welche sagen was das werden sollte das soll so ein stegosaurus sein ja den ansatz den ansatz habe ich ja gesehen aber das war dann einfach so eine mischung aus der meister schlappe das kogodil oder von vorne sieht er gut okay der kriegten gut nehmen jetzt nicht meins ich habe meinen dieser ich finde den gut das ist ein krokodil das ist ja ja klar ok krokodile stammen von sind ja die ältesten wesen die noch bei uns auf der welt glaube ich gibt die von den dinosauriern ja noch abstammen okay ich gebe meinen geht so weil es irgendwo ja das thema getroffen hat was denn das für ein euro ja ich bin der tyra des sauberes alter der supergut leute aber bewährtest du mich jetzt mit absicht schlecht ja klar war das mal ja ich habe ja ein rot gegeben ich hätte tausendmal schlechter als man ja ja das kippen geht so das kriegen geht obwohl das ei noch dazu was ist das ja weil den wenn du den doch mal bei dem thema alien baust gebe ich dir gebe ich dir gut was ich überlegt überlegt was du sagst ich bin derjenige der nicht bewertet ja 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 ja